Eine der häufigsten Behandlungen, die Augenringebehandlung, die wir hier durchführen und die Injektionsebene muss hier genauestens beachtet werden, da hier nervale Strukturen und Gefäße sehr eng beieinander liegen und ich denke, wenn man ein perfektes Ergebnis erzielen möchte, sollte man diese Behandlung auch sehr häufig durchführen. Nur dann kann man ein feines und natürliches Ergebnis erzielen, ohne Dellen an dieser Stelle, die erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringen können und hier sieht man so ein Endergebnis. Ich denke, das richtige Ergebnis wird nach 10 Tagen sichtlich sein, aber das ist schon für die Patientin ein schönes Ergebnis.